So, Rekt, Menschenfresserin. Na klar, was sie für super tappen kann. Oh, jetzt rastet sie wieder aus. Nein! Also das Problem ist, kann bei der die Attacke nicht abschätzen. Aber das dürfte nicht so schlimm sein, wenn wir sie genau schnell besiegen. Dann ist alles super. Und das war's. Eindeutig besiegt. Also die war schon eine Harte Nuss. Naja, ein bisschen. Das war's. 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 Das war's.